Und da sind wir jetzt wieder zu Gast im Dresdner Tierheim in Stitt. Das ist Katze Mimi. Katze Mimi ist ein bisschen scheu, deshalb fasse ich sie jetzt auch nicht an. Die braucht ein bisschen Zeit, dann kommt sie von ganz alleine. Die Mimi ist schon relativ lange hier, schon über ein Jahr. Sie ist circa sieben Jahre alt, sie ist kastriert. Wir suchen eine Familie, die ihr auch die Zeit lässt. Also sie ist nicht böse, sie ist halt nur ein bisschen vorsichtig. Sie ist ein Freigänger und man kann sie hier im Tierheim besuchen. Aber wichtig, wegen Corona, bitte Feuer anrufen. Also Katze Mimi sucht eine neue Familie. Vielen Dank.